Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video und herzlich willkommen zu diesem kleinen, aber feinen Prank. Ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert. Ich habe den lieben Standardskill gerade wieder bei mir im Teamspeak, Leute. Und ich habe eine Menge Videos gesehen, wo Menschen quasi bei Fortnite versuchen, ins Wasser zu gehen und man stirbt ja instant. Jetzt gibt es hinten bei der Kartbahn eine Stelle und ich werde jetzt einfach versuchen, Standardskill zu erzählen, dass man ins Wasser rein kann in der neuen Season an dieser einen Stelle und mal gucken, ob das funktioniert und mal schauen, ob ich ihn damit rollen kann. Ich würde sagen, wir spielen erstmal eine Runde, meine Freunde, machen ein paar Kills und dann bin ich mal auf seine Reaktion gespannt. Keine Ahnung, ob er mir das überhaupt abkauft. Wenn nicht, dann gibt es hier eine ganz normale Runde von uns beiden zu sehen. Er freut sich auf jeden Fall drauf. Ich würde sagen, auf geht's. Let's go, let's go. Spielen wir schon Duo gegen Team, oder? Duo gegen Team, Digga, bist du sicher, ja? Lass erst mal Duo spielen und dann spielen wir später nochmal Team-Runde, weil die erste Runde holen wir jetzt eh, Digga, die gewinnen wir eh. Den Skin, den du hast, ist das ein Twitch-Prime-Skin? Der sieht richtig geil aus. Ja, der sieht cool aus, ne? Die haben einfach nur von den normalen Skin halt das T-Shirt und so geändert. Ja, der sieht richtig geil aus. Auch die Haarfarbe ist anders, ne? Guck mal, das sieht voll cool aus, ne? Guck mal hier, mit meinem schwarzen Schild hinten. Oh, Digga, guck mal, ich mit Fischtank, Digga. Schau mal, ich hab den Fischtank, by the way, an. Und zwar möchte ich dir was unglaublich Heftiges zeigen. Wir landen bei Retail Row und hier vorne siehst du dieses kleine rote Ding, wo ich markiert hab. Da, mein Freund. Kann man... Ah, bei der Super-Ellen-Villa. Ja, ganz genau, Digga. Kann man in der neuen Season... Ohne Witz, man kann bis zur Hälfte ins Wasser. Wenn man sich reinsneet, kann man unter Wasser stehen, Digga. Ey, man kommt doch schon mal ins Wasser, bist du behindert? Ja, aber du kannst in das Meer Wasser rein, du kannst ins Meer Wasser rein. Ja, kommt ich auch schon immer. Ich war hier, das hier Depot, äh, Loot Lake, geh ich immer ins Wasser. Nein, ins Meer, Digga, nicht in den Loot Lake. Du kommst da unten rein und kannst sogar Fische und sowas sehen, Digga, wirklich. Fische, ja? Ja, Digga, kein Sch***. Okay, Digga, Fische gucken, pass auf. Ich hab's gestern Abend im Stream ausprobiert. Es hat funktioniert, ich schwöre es dir. Nein. Wir haben es bei einem US-Streamer gesehen, wir haben es direkt selber probiert. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir zum Haus. Hast du diese kleinen Levitanfische gesehen, oder was? Nemo-Fische oder sowas, Digga. Und du konntest auch nichts damit machen, du siehst ja auch nur ganz schemenhaft und so vorbeiflitzen, quasi. Also ich wette zu 100 Prozent, dass man die später angeln kann, oder so. Ich glaub auch, ich glaub auch. Dass die so einen kleinen Teich machen, weißt du, hier auf der Karte, und dass du dich dann da hinsetzen kannst und die angeln kannst. Und da kommen da Waffen oder sowas raus, Digga, stell dir das mal vor, Alter. Das wär zu heftig, glaub ich. Das wär geisteskrank, das wär geisteskrank. Oder Äpfel oder sowas, also dass man die Fische essen kann, weißt? Das ist Hundehüttehaus, ja? Ja, ja, aber da geht schon jemand runter. Ja, das trotzdem, das trotzdem, das trotzdem. Ich hab ne Pistel, wir müssen hochpushen, oben ist einer. Warte, der kommt runter, der kommt runter. Warum hat jetzt mein Port-A-Port nicht geworfen? Finish den direkt. Versuch Nummer eins war jetzt nicht so stark, ne? Ich bin jetzt gespannt, ob wirklich diese Fische sehen. Ja, wir versuchen das jetzt einfach nochmal und, Mann, Junge, kann doch nicht sein, dass wir so ein scheiß Pesch haben mit Loot? Was geht denn da ab, Junge? Lass direkt erstes Haus hier gehen, lass doch zusammen gehen, lass doch zusammen gehen. Das ist das Graue, ja, können wir machen, da kommt aber jemand hinter dir, ne? Ja, unten ist einer drinnen. Unten ist einer drinnen, ja. Der ist oben, der ist oben, der ist oben. Der wirft die Granaten. Das war ich, das war ich, das war ich. Hättest dich mal oben bei ihm reingeworfen. Wussten der. Wer ist da innen? Er hat ne Shotgun, vorsichtig. Komm hoch, komm hoch. Er ist so low, er ist so low. Oh mein Gott, oh mein Gott, Digga. Okay. Was war das? Ja, er hat, er hat wieder ne blauen Shotgun gehabt. Das war halt One-Shot, ne? Ja, ich hab gleich ne Shotgun für dich. Die Blaue schon, oder? Ich hab da ne sehr gute für dich, äh, die Graue. Willst du mich verarschen, Alter? Kriegst du? Die ist geil! Junge, ist das lächerlich. Oh mein Gott, links zwei Leute, links zwei Leute. Ja, Bro, ich hab nichts an Leben, ne? Pusch dich, pusch dich, pusch. Oh Gott, du pusht. Komm her, ich komm her, ich komm her, ich komm her. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ich hab keine Munition, Bro. Er ist down, nice. Ja, sein Mate war halt irgendwo noch, ne? Hier, vor, vor. Gegenüber von mir, oh mein Gott, ich bin down, ich bin down. Okay, zwei Leute hier. Ja, ich hab nichts, ich hab nichts an Materialien. Anders down. Boah, dicker. Boah, nice. Hier ist ein, äh, Schildtrank und ein Lagerfeuer. Das ist das Lagerfeuer-Lied. Das LED-Wie... Nicht schlecht! Könntest du vielleicht den Text auch lernen, bevor du, also jetzt meine... Ich dachte, das würde cool kommen, aber... Ne, es war schon relativ unangenehm jetzt für alle Beteiligten. So, Digga, will ich dich wieder am Carrying hier, wa? Junge, weil er ein-mal Kills gemacht hat, Digga. Ja, komm, Digga. Okay, sollen wir, sollen wir gleich zum Spot gehen? Ich weiß nicht, Digga, wenn, wenn du sagst, das ist jetzt gut, weil übrigens Tone auch, ja, können wir das machen. Ja, stimmt, okay, lassen Sie jetzt loslopen, komm. Lassen Sie jetzt loslopen. Ja, lassen Sie uns das Lagerfeuer-Lied. Pass auf, ich hab, ich hab dir den Spot rot markiert, okay, Digga? Ja, hier ist einer oben auf dem, auf dem Dings, ist einer. Auf der Taco? Auf, äh, auf, äh, Dings hier. Hat gut zwei Hits. Ja, der ist durch down. Ist down, ist down, ist down. War das der Einzige? Ja. Oh, das ist Jagdgewehr, das nehm ich mir, Digga. Okay, pass auf, ich zeig dir gleich kurz, wie man da runterkommt. Du musst es aber selber machen. Das ist ein ganz, 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 ganz kleiner Spot. Und ich weiß nicht, ob das mit zwei Personen funktioniert. Also gestern haben wir es nicht geschafft. Aber du hast es schon geschafft, oder was? Ich hab's gestern schon geschafft im Stream, ja. Zone tickt auf jeden Fall schmerzhaft hinein. So, Bro. Hier liegt da eine blaue Pumpkin-Fertz, die haben willst. Ja, ist jetzt egal. Lass uns jetzt erstmal hier rumkümmern. Boah, das geht aber ganz tief runter, ey. Ja, du musst halt hier jetzt halt wirklich runterbauen, ne? Boah, das ist ja... Kennst du den Spot noch nicht? Nee, nee, ich war hier noch nicht. Oh, damn. Oh, damn. Oha, das ist ja geil. Okay, Digga, guck mal hier. Du bist hier direkt am Wasser. Oha. Du bist hier direkt am Wasser. Und da, stopp, stopp, stopp. Siehst du, da, wo das schimmert, da, wo es schimmert, du kannst vorsichtig reinlaufen. Sei vorsichtig, Digga, vorsichtig. Sneak rein, sneak rein. Vorsichtig rein sneaken, ja. Ist das hier richtig? Stehen oder sitzen? Äh, sitzen, sitzen, sitzend. Hey, Digga. Lol. Hä? Wieso bist du gestorben? Hey, du hast falsch gemacht, du hast falsch gemacht. Mach du mal jetzt. Warte, warte, warte. Ich zeig's dir kurz, okay? Ja, zeig mal kurz. Ey. Digga, was soll denn der Scheiß? Oh, damn, bro. Hast du wirklich gedacht? Hast du wirklich gedacht? Digga, keine Ahnung. Ich dachte, du willst mal wirklich eine ordentliche Runde aufnehmen. Ja, können wir jetzt machen. Komm, lass uns jetzt noch eine vernünftige spielen. Komm, wir spielen jetzt Du gegen Teams, okay? Wir spielen jetzt alle. Ich freuze doch eh wieder. Nein, 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 wirklich nicht mehr. Okay, wir machen jetzt aber Du gegen Du, okay? Ich hätte nicht gedacht, dass du wirklich da reinrennst, Alter. Jeder weiß doch, dass man im Wasser stirbt. Ja, hä? Kann auch sein, dass was Neues gekommen ist. Wahrscheinlich. Verpiss dich, Mann! Verpiss dich, Benni! Pass auf, lass mal hier runter nach Spandau. Ich würde am liebsten jetzt echt kacken gehen, aber ich bleib bei dir, Alter. Wo ist denn Spandau? Spandau ist da unten. Da kommt einer. Sind welche? Oh, hier ist ein Lama. Ich hab ein Lama gesehen. Ja, Lama, ich komme. Hallo, mein Kumpel. Hör, Rewi, guck mal. Ich reite das Lama. Geh jetzt und mach's auf, Alter. Ey, hör auf! Ey! Oh, du bist ja volles Monster. Ich glaube, hier ist tatsächlich niemand. Na? Was denn? Ey, ich bin so dumm, Alter. Bist du runtergefallen? Sag mal. So blöd zum Springen. Hier, nimm das Medikit. Steps, steps, steps. Die sind hier drinnen, hier drinnen, Digga. Ich seh's, ich seh's, ich seh's. Das von oben reinbauen. Einer hat Hits. Einer ist fast down. Einer hat... Siehst du... Och, Digga, ich rastel dich aus, Digga. Der Linke ist fast down. Der Linke hat 1 HP. Der ist hier oben, der ist hier oben, der ist hier oben, der ist hier oben. Der killt mich, der killt mich. Nein, nein, nein. Du willst wieder... Belebt mich, belebt mich, belebt mich, belebt mich, belebt mich, belebt mich. Oh mein Gott. Der eine war One-Hit, der eine war One-Hit. Alter, du Tier, Junge. Alter, mit 1 HP. Echt jetzt? Ja. Der eine war One-Hit auf jeden Fall. Der rennt da hinten. Da ist er. Wo rennt der? Und er hat wieder das Schild. Alles klar, dieser kleine Pisser, Junge. Digga, das war close. Vor uns, vor dir, vor dir, vor dir. Echt jetzt? Ja. Ah, vor dir. Ist down gleich. Oben auf dem Berg ist noch einer, aber der vor uns ist fast down. Der hat kein Schild mehr. Was hat er nicht mehr? Schild? Bro. Ja, der hat sich Tränke gedrückt. Oben auf dem Berg war der andere. Haben gutes Positioning nach oben. Okay. Einer ist close bei denen, musst du aufpassen. Down. War der alleine? Ich hab Jumphead, ja, der war alleine. Nice. Oben am Berg, oben am Berg. N.O., N.O., Digga, N.O. Da können wir mal hoch. Close bei mir, close bei mir. Komm mal zurück, komm mal zurück. Hier baut jemand ab. Hier, er, unten. Der Mate ist da hinten. Da vorne ist der Mate. Echt jetzt? Er ist hier vor mir, vor mir, direkt vor mir hinterm Baum. Er hat auch eine Shotgun. Nice. So ein anderer Mate kommt von vorne. O mein Gott, von hinten auch noch, von hinten auch noch, Alter. Ich glaub's nicht. Er kommt, er kommt, er kommt. Er ist über uns, er ist über uns, er ist über uns, er ist über uns. Hat heftiges Positioning. Oh mein Gott, er hat mich gefinischt, er wird mich gefinischt, er wird mich gefinischt. Beil dich, beil dich, beil dich, beil dich, du musst ihn pushen, du musst ihn pushen. Von oben auch noch Sniper. Ich hab 18 AP, 16. Och Mann, Dicker. Nein. Junge, was ist denn das für ein Typ, Digga? Er hat mir mit der Diegel auch einen Headshot gedrückt. Tötet. Park, Digga. Park, Pleasant Park. Park. Auf geht's, Mann. Leute, irgendwie soll's heute nicht sein. Ich weiß auch nicht, irgendwie. Leute von heute. Ich geh direkt zur Hundehütte raus, ja. Ich komm mit dir. Ich hab einen Shotgun, der hat oben eine Käste gefunden. Ja, lass hoch. Lass hochbauen. Er ist runter? Nee. Geradezu, geradezu. Ich hab keine Baumaterialien, Bro. Ja, das Problem, hier kommt noch ein Kumpel von denen. Hab einen. Hier drinnen ist einer. Bro, chill. Der darf nicht alleine vorpuschen. Einer noch. Schon nicht von hinten. Einer ist bei mir, einer ist bei mir, einer ist bei mir. Beeil dich, beeil dich um die Ecke, um die Ecke, um die Ecke. Er ist so low, er hat 5 AP, 5 AP, 5 AP. Nice. Digga, dass du ihn geholt hast, grenzt an der Wunder. Hier, ich hab mal kleine Tränke. Warum sagst du nicht vorher? Ich hab gerade großen. Oh mein Gott. Gegner, Gegner vor mir. Von wo? Ah, Tankstelle, Tankstelle. Zwei Leute, ja. Einer hat einen Hit. Einer hat einen Headshot. Push dich, push dich, push dich. Alles gut. Einer ist down, der hat Jetpack. Einer ist krank low von denen, der rosa, ne? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Bei mir, hab ihn. Uff. Oh Gott, Digga. Es wird in Tilted jetzt wieder richtig schön stressig werden. Das sag ich dir jetzt schon. Ja, wenn du nicht in die Mitte reingehen, geht's schon. Ich bin schneller wie du. Warst du hoch? Nö, ich flieg hoch. Oh, du alter Unehrenmann. Und ich muss wie so ein Neandertaler hier hochlaufen. Wer läuft denn noch? Menschen ohne Jetpack, Philipp. Menschen ohne Jetpack. Die Armen. Nächste Zone, wir müssen laufen. Oh Gott, hier ist noch ein volles Jetpack drin. Da hinter uns, hinter uns, äh, SW. Auf dem Berg, ne? Ja, ja. Ja. Die sind vor uns direkt hier. Auf dem Berg? Ja. So, dem ist eigentlich, haben wir keine Zeit, dass wir die pushen, ne? Wir müssen halt so weit laufen. Ja, vielleicht noch ein Jumphead. Darauf zu pokern jetzt, Digga. Ehrlich? Digga, du pushst schon wieder alleine. Du bist doch lebensmyter, ne? Du bist doch lebensmyter, Digga. Und haben die Jumphead? Komm mal, komm mal. Beide down, beide down. Jumphead, Digga? Ne, 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 eben nicht. Ja, äh, nimm hier die Medics mit. Einer ist gerade da unten in den Schiff, die schafft es reingegangen. Ja, ich sehe, ich sehe, den geht nach vor mir, direkt vor mir, SO. Rosane Hüpfer-Skin, Alter, vor mir. Junge, der wird sich auch nach oben drehen und gleich kämpfen wollen, weil der rafft das Game nämlich nicht. Ja, oben, direkt vor mir, direkt vor mir, SO sind die. Er baut hier oben ganz in Seelenruhe ab, Digga. Ja, ich sehe den. Da sind aber zwei Leute noch. Komm mal, ich, komm mal, ich, komm mal, ich, komm mal. Einer dockt. Einer ist down, ist down. Okay, nice. Oh mein Gott, der Jumphead. Er hat Jumphead, er hat Jumphead bei mir auch. Okay, bau. Die haben hier schon hochgebaut, die haben hier schon hochgebaut für uns, guck mal. Perfekt, Alter. Gut, warte mal, ich muss mal kurz hier meinen Medikit drücken. Ne, Medikit hilf mir auch. Ne, komm, 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 lass los, lass los, lass los, lass los. Ich komme, ich komme, ich komme, muss los, Digga. Ich habe drei Stück, der hat drei Jumpheads gehabt, GG. Meine hat nur einer. Die ganzen Jumpheads, die wir gesucht haben. Vor uns, vor uns, vor uns, S.O., Schüsse, können wir direkt hin. Oh, die haben sich, wollen wir die pushen mit der Jumphead? Können wir machen, ich weiß dann nicht, ob das so klug ist. Los, 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 los. Willst du direkt reinfliegen? Ja, ja. Einer ist down. Hier unten, 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 unten. Hab beide, hab beide. Wir haben noch gefighted, du hast zwei Slurps, du kannst auch noch einen haben. Die waren gegenüber gewesen. Naja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ah, die rennen, die rennen, siehst du die? Wo? Unter der Straße? Ja, Bro, du musst mir auch Calls geben. Komm mit Jumphead, komm mit Jumphead, komm, 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 komm. Bro, warum machst du so einen Druck? Weil die gerade rennen und die, die holen können vom Berg. Ah, die haben sich auf den Berg gebaut. Egal, die raffen uns nicht, die raffen uns nicht, wir landen hinter denen. Ach, die raffen mich, die raffen mich. Kill ihn, kill ihn bitte. Ich komme hoch, ich komme hoch, ich komme hoch. Weiter down. Nice. Du hast die, ich habe die abgelenkt, du hast sie gekillt. GG, Alter. Haben die noch einen 50er? Ja, haben die. Ich habe meinen Mad Kids, drei Stück jetzt, ne? Ja, dann nimm die als Schock. Oh, ich bin runtergerutscht. Oh, fuck, Digga. Aber unten liegt eine goldene Scar, also alles gut. Loll, was ist das für ein Round hier gerade? Lucky as fuck, bro. Äh, die sind irgendwo W oder NW. Nein! Ich bin so... Hä, Digga, dieser... Das ist mein... Ja. Digga. Das meine ich mit dem Leck, Digga. Das meine ich mit dem Leck. Oh mein Gott, ich rutsche ab, Alter. Ich hasse es. Warte, ich komme runter, ich komme runter. Wo bist du denn, Digga? Die pushen, die pushen. Ja, GG. Ich spiele, sorry, Digga. Ich spiele keine PC-Lobbys mehr. Das war es komplett für mich gewesen, Digga. Habe ich keinen Bock mehr drauf. Dreck spielen. Was ist das denn? Hä? Digga, ich habe gerade... Ich hasse... Ne, 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 ne. Ich habe gerade 10 Minuten gebraucht, bis er meine Waffe gezogen hat. Fortnite, Alter. Fortnite, Digga. Nice, Leute. Leute, wir haben Steuern, das geht auf jeden Fall erfolgreich getreuzt. Der Boy ist auf jeden Fall ins Wasser geslidet. Ihr habt es gesehen, Leute. Lasst auf jeden Fall einen Daumen da oben dafür die ganzen geilen Kills und die schönen Runden, die wir gespielt haben. Dritter geworden ist auch okay. Und irgendwann holen wir wieder einen Win. Macht es gut, haut da rein. Schaut bei ihm vorbei. Macht es gut. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.